Hallo liebe Gadget Freunde, hier ist der Mike von Gadgetwelt und ich habe einen kleinen Tipp für euch. Und zwar am 11.11. gibt es einen Sale bei Gearbest. Ihr kennt den schwarzen Freitag aus den USA, den Einkaufstag schlechthin. Und das gleiche gibt es auch aus China und das ist am 11.11. Ihr könnt euch für die Aktion Gutscheine besorgen und wenn ihr schnell seid und wenn ihr einen der Gutscheine abbekommt, dann könnt ihr richtig fette Deals machen vom Allerfangs. Ich bin ja sowieso ein großer, jetzt hätte ich fast gesagt Gadgetwelt Fan, das sowieso. Ein großer Gearbest Fan, von wegen schneller Versand, gutes Sortiment, gute Preise und so weiter. Aber hier das hier, da toppen die sich nochmal selber. Von daher, auf jeden Fall auf Gadgetwelt und auf Snips gucken. Wir werden euch über die Angebote informieren und auf jeden Fall gelegentlich mal bei Gearbest gucken. Wenn ihr einen Gutschein kriegt, dann könnt ihr Schnipp hier machen vom Allerfangs. Probiert es aus. Ich danke euch. Tschüss.